Pierre Anton verließ an dem Tag die Schule, als er herausfand, dass nichts irgendetwas bedeutet. Vielleicht kam deshalb alles so, wie es kam. Das Gehirn und die DNA von Schimpansen sind fast identisch mit unserem. Mensch sein ist überhaupt nichts Besonderes. Es gibt 6 Milliarden Menschen auf der Erde, das sind zu viele. Aber im Jahr 2025 werden es 8,5 Milliarden sein. Das Beste, was wir für die Zukunft der Erde tun können, ist sterben. Hier ist er! 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 Habe ich es euch nicht gesagt? Bedeutung ist Bedeutung! Das ist nicht jeder! Das ist unsere Bedeutung! Nichts! 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 Nichts!